Mhm, Brutality Mhm, 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 mhm Und heute Census-llowers dabei sind wir auch vom Eck Resident-Dress der High School Ist halt gut mit dem Killer? Weißt du das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Tiny ist auf jeden Fall gut Was? Aber Wutt, weiß ich nicht... Ja ich muss Ja auch sagen, ihr wart recht gut als Survivor, also mit der Nurse habe ich bei euch ja nix geschissen, aufrecht ja weil der tipp ist halt ging entgegenlaufen dann snappt sie zu weit kann mannen bei ihr seid ja alle hier eka die karte er hat sich direkt vor mir teleportiert im fressenraum platzernklammern das kann er ich habe gerade eben nur die bäume getroffen sehr frustrierend ein haken weniger doch leider nicht dieses packen im fahrer ich höre nicht mehr aber erst dabei ja er hat mich gesehen gehabt das ist noch ist er von alter hat sich jetzt so erschrocken oder was ich hab dir doch schon extra gesagt ich habe den Spieltag nicht gehört ich habe den Spieltag nicht gehört Entschuldigung ist er bei dir zwilger ich höre dich her ich höre dich her ich bin nicht mehr roter geworden auch schein komm hinten zum hüttchen zum kleinen hier 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 hinterm hier hinterm beim geräten schuppen beim folterkeller ich weiß nicht wo er ist hinter dir oh scheiße ja der kommt jetzt zu uns ich mach die Haken mir fehlt da nur noch ein Haken EIN HAKEN Tiny du kommst jetzt in den Keller ja der ist da hinten Haken gesellen ok ich komm nicht in den Teller er läuft wo läuft er hin am am großen Stapel ja jetzt kommt er Richtung Haus ja ich glaub da hat jemand gesehen ja er hatte mich gesehen ja ja ich weiß also gehst du nicht zu Tiny ne er ist hinter mir her ok du gehst zu Tiny ich mach den Haken er läuft hinter mir her ja ja er ist es ich hab keinen Bohm hier ja aber jetzt bitte Richtung Stapel laufen Holzstapel Holzstapel ja ja da bist du richtig da also nicht im großen Haus weil da mach ich grad Haken sorry wie viele brauchst du noch ich glaub noch den hier oder vorsichtshalber mach ich da noch einen haben wir der wo ist denn der Keller ist der hier drin der ist im kleinen Hütchen oben ja dann komm doch bitch dann komm doch bitch wie lang bleiben denn die Spuren da komm ich mal komm ich mal 3 bis noch was Sekunden ne weil ich hab das eine Pakt schon also 2 Sekunden weniger so ist das oh hier ist direkt ein Haken ach geil oh wir laufen da auf den Berg hoch mhm ganz ganz sneaky hallo tiny es verkackt das nicht wieder soll das heißen ja es gibt Schelle hier ey ich sag's dir da ist der Haken an dem du gleich hängst schau ihn dir an ich schau ihn dir an ich geh mir aus wie weh ich geh mir aus wie weh lauter kaputte Haken aber den da vorne noch nicht und den hier auch noch nicht ist überhaupt nichts kaputt hier ist überhaupt nichts kaputt hier nimmst du doch irgendwo in Generator oder seien ja hier wo ich bin weiß ich weiß ich oh sie äh ja sie war aufm Berg Keller looten oder hat schon jemand gebootet im Keller also ich war nicht im Keller ich war auch nicht im Keller ich auch nicht Loot nur Level oh eine Taschenmacher ist jemand an einem Generator? ja war grad dran aber den da ist es bei mir also ich höre den Herzschlaf oh die hat mich gefunden Aua die hat mich nicht gesehen wie weit ist der Generator? aaaaaaah oh äh darf ich ein Tor aufmachen? ich bin also meins muss hierher kommen ich seh dich ich seh dich ja ja Tony ich denk mal das ist gleich genau der Haken wo ich gesagt hab dass du gleich hängst oh du hast schon angefangen doch ja ernsthaft? ja die anderen sind kaputt äh ich hab dir gesagt schau ihn dir an ich hatte ich hatte zwei mal Wigglen noch dann wär ich frei gewesen der Camter? alter das ist hart aber ich muss auch strugglen ja struggle mal bitte ich struggle hart man kommt's an Tony ran? kommt hier her wo ist denn der Exit? wo ist denn der Exit? der ist ja direkt hier ja der ist aber noch nicht auf ja der andere offen? ja ja ich hab Taschenlampe zur Not ich geh den Exit nicht dafür häng ich gleich juhu wuhu kleines Holzhaus und ansonsten große Holzstapel ist auch noch ein Hinweis tschüssi tschüssi hier ist ein Berg ah da bist du hallo warte ich halte dich glaub ich den? Mara hängt am anderen Ende der Karte ja da würdest du es eben auch machen? ja klar mach es doch auf mach mal rauf ne ist das auf dem Hügel ne das hat mich gesehen glaub ich ja ne das hat mich gesehen ja ne das hat mich gesehen guck mal ob ich noch rechtzeit zur Paraga rankomm ach wach Omega Leute geht raus das ist echt nur noch eine Suicide-Komande ich versuch jetzt nochmal vom Haken zurück Ja, wenn ihr 5000 Punkte haben wollt, dann müsst ihr rauslaufen. Ich bin direkt am Haken gewiesen. Welche Richtung läuft da? Ach, du bist tot? Ja, ich hing da schonmal. Achso, das ist die ganze Zeit. Gut, dann geh ich zum Chlor. Zum Chlor komme ich nicht mehr. Ah, du lebst noch? Ja, ich wurde noch kurz vor knapp gerettet. Adios. Ah, hier ist die Hedge. Was ist beim Auto? Schafft ihr es? Ja, ich steh direkt am Ausgang. Und bei dem Ausgang mit dem Holzstapel, da ist ein brennendes Öl fast davor. Da ist die Hedge. Ach, da brauchen wir nicht. Blubber. Ein bisschen noch heilen. Für die Punkte. Ah, das funktioniert. Dankeschön. Einmal hat er mich auch noch geditcht für die Punkte. Läuft. Mhm, ja. Hallo. 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 Dann hat er bloß die Stalker. Sag ja, ich meine, du hast es so highlevel ist, was? Ey, ich habe alle Haken. Jetzt brauche ich noch einen von dem Haken holen. Yeah.